Nachdenkseiten Die kritische Website Friedenspreis für Appelbaum, Orden für beiden. Merkt ihr nicht? Tucholskis Zitat ist auffordernder denn je. Ein Kommentar von Frank Blenz Die gerade gelaufene Buchmesse in Frankfurt erzeugte bei unserem Autor einen kurzen, intensiven Impuls zu Hause ans Buchregal zu treten und einen alten Band herauszuziehen. Siehe da, er hielt Deutschland, Deutschland über alles von Kurt Tucholsky in der Hand. Ein Preis würde Tucholsky aber von der heutigen angepassten Kulturszene nicht erhalten. Zu umstritten. Das vom berühmten, wichtigen, sehr geschätzten Kurt Tucholsky als Bilderbuch bezeichnete Werk ist ein wundervolles, ein beeindruckendes Zeitzeugnis, in Händen liegend als Faximile-Druck aus dem Jahr 1967. Ich fragte mich, warum gibt es derartige Bücher gerade nicht? Und warum ist Tucholskis Merkt ihr nicht? eine Frage, die uns heutigen Menschen den Spiegel vorhält? Viel wird über Frieden geredet, doch beim Eintreten des Gegenteils wird nicht gegengehalten. Tucholskis Buch, das unter Mithilfe von John Hartfield entstanden ist, wäre es heute im Jahr 2024 erschienen. Ich bin mir sicher, ein jetzt lebender Kurt Tucholsky würde darin schäumen vor Aufgebrachtheit. Über die grassierende Kriegsgeilheit, den fortgesetzten, nimmermüden Hass gegen Russland, über die Rüstungsorgien, über die Ignoranz und Arroganz, die sich im meinungsführenden etablierten Betrieb, der politischen, intellektuellen und medialen Klasse und deren angeschlossenen Kreise zeigen. Tucholsky würde auch die politische Klasse Russlands kritisieren und fordern, Waffenstillstand, jetzt. Doch ein solches Tucholsky-Buch auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert, das würde wohl gleich als umstritten, als hetzerisch, querdenkerisch, kurz, als untragbar für unsere freie, demokratische, gelenkte Gesellschaft betitelt und diffamiert werden. Einen Preis erhielte es nicht. Friedenspreis in Frankfurt sahnt angepasste der westlichen sogenannten Wertewelt ab. Die Buchmesse in Frankfurt, konkret die finale Preisverleihung für Ann Eppelbaum, erzeugte deshalb bei mir ein Gefühl der Vereinnahmung, der Zurechtweisung. Was Tucholsky sagen würde, die mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels getätigte Auszeichnung der US-amerikanischen Journalistin Eppelbaum wirkte für mich wie ein Signal. Da geht es lang und wer nicht folgt, der ist ein mindestens Verirrter, einer, der vom rechten Weg des Mainstream abgekommen ist. Auch die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrich, sagte laut Hessen Schau, wo es lang geht. Sie schwärmte im Einheitsschritt der westwertigen Lobhudelei, dass Eppelbaums Bücher helfen würden, die Welt zu verstehen, wie sie sei. So, so. Dabei würde die US-Amerikanerin auch detailliert analysieren, wie ein weltumfassendes autokratisches Netzwerk entstehe, das die Schwachstellen in unseren demokratischen Systemen für sich zu nutzen wisse. Und schließlich betonte Schmidt-Friedrichs, dass Frieden kein Geschenk sei, sondern die größte Aufgabe unserer Zeit. So weit, so gut. Doch an wem wäre es, diese Aufgabe zu erfüllen? Tucholsky und ich im Duo vernahmen nur beweihräuchernde, leere Worte. Die Frankfurter Rundschau berichtete in Sachen Begründung für die Preisgabe, Zitat. Die Begründung des Stiftungsrates für die Preisgabe lautet, in einer Zeit, in der die demokratischen Errungenschaften und Werte zunehmend karikiert und attackiert werden, wird ihr Werk zu einem eminent wichtigen Beitrag für die Bewahrung von Demokratie und Frieden. Eppelbaum habe die Mechanismen autoritärer Machtergreifung und Sicherung aufgedeckt und aufgezeigt, wie zerbrechlich demokratische Gesellschaften sein können. Zitat Ende. US-Präsident erhält höchsten Orden. Weil wir gerade unsere innige Freundschaft zu unserem großen Bruder jenseits des Atlantiks in Ballung brachten, passte zum Friedenspreis für Eppelbaum auch die Auszeichnung für Joe Biden. Unser Bundespräsident juchzte geradezu und bekam sich gar nicht mehr ein, als er den US-Präsidenten Biden ein Leuchtfeuer der Demokratie nannte. Springers Welt jubelte mit, Zitat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Joe Biden für dessen Einsatz für die Demokratie, die deutsch-amerikanische Freundschaft und die transatlantische Partnerschaft in der NATO gewürdigt. In dieser Zeit, in der die Demokratie in der gesamten westlichen Welt unter Druck steht, sind Sie, Herr Präsident, ein Leuchtfeuer der Demokratie, sagte das deutsche Staatsoberhaupt bei der Verleihung der Sonderstufe des Großkreuzes, des Verdienstordens der Bundesrepublik, an den Demokraten bei dessen Besuch in Berlin. Es ist die höchste Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hat. Zitat Ende. Buchladen des Vertrauens Buchladen der Anpassung Der Tucholsky tauchte bei mir gedanklich um die Ecke auf. Sein Lächeln war eines der Marke Ironie aus. Ich antwortete ihm in Gedanken, doch. Ich fragte mich, was los ist mit der Welt, in der Menschen sich die Finger wundschreiben, um die Welt nicht zusammenzubringen, und in der ein Mensch den Weltführer gibt und von Frieden und von Druck auf die westliche Welt spricht, stattdessen aber selbst zündelt, was die Streichholzschachtel hergibt. Tucholskys Buch gab mir die Antworten. Ich versuchte mir fantasievoll vorzustellen, wo ich sein heutiges Buch erwerben könnte. Da wäre eine kleine Stadt nahe meiner Heimatstadt. Dort gibt es einen kleinen Buchladen, geführt von einer Buchhändlerin des Vertrauens und Zutrauens, wie ich es formulieren würde. Inmitten all des medialen, inhaltlichen, ideologischen Einerlei und der strikten Stoßrichtung hin zu Konfrontation und Eskalation agiert diese Frau wie eine Herz- und Seelenretterin, wie eine, die man für den Friedenspreis des Buchhandels vorschlagen müsste. Sie pflegt ihren Buchladen und eine kleine im Schrifttext verlinkte Internetseite. All diese kleinen Details weisen auf große Menschlichkeit und friedensstiftendes Engagement. Das erste Foto der Seite zeigt das Schaufenster, auf dessen Oberfläche ein Hinweis zum Weltfriedenstag gepinnt ist. Die Buchhändlerin hat weiter den Spruch eines berühmten Schriftstellers, Eric-Maria Remarque, auf die Seite gestellt. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Die kleine Nachbarstadt besuche ich zugegeben nicht oft, denn einen weiteren, viel größeren Buchladen habe ich um die Ecke im Stadtzentrum. Und was erlebte ich da gerade? Eine eigene, wie seltsam folgsame Atmosphäre, die die vorherrschende Atmosphäre und Erzählweise unserer Zeitenwendezeiten aufnimmt und bestätigt. Ja, Buchläden sind politische Orte. Sie sind auch Orte der Vielfalt und der Debatte. Im kleinen Städtchen fühlte ich mich mitgenommen vom Angebot, von der Innigkeit der Buchhändlerin, von der Ansage, sich wahrhaft für Frieden, für Verständigung zu engagieren. Im großen Laden lockten Buchtische unter anderem der Rubrik Politik, als bestünde die Welt aus einer Scheibe. Bücher über das größte Land der Welt, konkret über politische Themen und Themen der Meinungsäußerung fand ich vor. Solche Titel. Putins Krieg. Die kürzeste Geschichte Russlands. Der lange Weg zum Krieg. Die russische Tragödie. Was wird aus Russland über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung? Schließlich entdeckte ich auch Bücher von der Preisträgerin Eppelbaum. Der Gulag und Roter Hunger. Roter Hunger hatte Stalins Krieg gegen die Ukraine zum Thema. Eppelbaum lässt keinen Zweifel über ihre Sicht von Ursache und Wirkung aufkommen. Die Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels meinte, so las ich auf der Rückseite des Bandes, Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine ist ohne diese historische Last nicht zu verstehen. Der erzwungene Hungertod von mehr als drei Millionen Ukrainern von 1932 und 1933, Holodomor genannt, war eine der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und sie hat Folgen bis heute. Stalins Krieg gegen die Ukraine hat sich tief im kollektiven Bewusstsein der osteuropäischen Völker verankert. Ich las fertig und überlegte mit Tucholsky. Stalin und Putin. Hungertod Ukraine. Die bösen Russen für immer. Feindpflege ist das. Nicht aufklärerisches Engagement. Dass der Buchtisch für einen diversen, bunten Laden ziemlich einseitig war, davon zeugte die Präsentation. Und nebenbei, Reiseführer über das größte Land der Welt, gab es keine. In der Tat zählt Russland geradezu eine No-Go-Area, hat eine Führung, die vom Westen gehasst wird und Krieg führt. Umso mehr müsste aber doch deeskaliert werden, dachte ich vor dem Buchtisch stehend. Wann gehen wir endlich wieder aufeinander zu? Der neue NATO-Chef kann es gar nicht erwarten, um noch mehr Geld in Rüstung zu stecken. Das Buch von Tucholsky legte ich daheim zur Seite, aufgewühlt von seinen Gedichten, Beiträgen, von den Fotos und Karikaturen. Ich stellte sie mir vor, als wären sie gerade entstanden. Dann käme auch dieser Mann in dem Buch vor. Der neue NATO-Generalsekretär, über den die Tagesschau berichtete. Rotte erklärte, er könne es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen. Priorität habe für ihn die anhaltende NATO-Unterstützung für die Ukraine. Eine Anhebung der Verteidigungsausgaben. Und der womöglich nächste Bundeskanzler? Der droht mit Krieg. Tucholsky würde ebenfalls über Friedrich Merz schreiben und ihn für unwählbar halten. So wie auch Oskar Lafontaine in einem verlinkten Beitrag für die Nachdenkseiten. Dort hieß es, Friedrich Merz ist unwählbar. Bisher dachte man, nur der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen will, sei nicht zurechnungsfähig. Aber offensichtlich denkt Merz ebenso. In der Bundestagsdebatte am Mittwoch sagte er, das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen. Und ihm gesagt werden, wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu schädigen und zu bombardieren. Zitat Ende Derweil gilt die Kulturlandschaft am Stock. Merkt ihr nichts? Doch, den Blick nach außen in die weite Welt zu richten, ist schlimm. Nicht weniger ernüchternd ist zunehmend der Blick nach innen. Wir, damit meine ich, uns als Bürgerschaft mit ihren Kommunen, im ländlichen Raum ebenso wie in den großen Metropolen. Wir und unsere kulturellen Angebote gehen mehr und mehr am Stock. In Berlin wird mal wieder über Kulturkürzungen gesprochen. Brav versprechen, Entscheidungsträger an Theatern Potenziale ausfindig zu machen, mit weniger Geld auszukommen. Bis es dann heißt, weniger ist leer. Nicht nur Berlin geht am Stock. Und zwar in vielen Bereichen der Zivilgesellschaft, bis hinein in die Provinz. In meiner Heimatregion gibt es, noch, eine durchaus vielfältige Kulturlandschaft. Diese wird gehegt und tapfer gepflegt von aktiven Kulturschaffenden, die sich permanent mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass Kunst und Kultur als Luxus, als etwas, das man sich leisten können muss, betrachtet wird. Oft wird das Wort Einsparpotenzial ausgesprochen. Es heilt wie eine Dauerdrohung über der Kultur. Es ist schäbig, dass wir, als eines der reichsten Länder auf dem Kontinent, an der Kultur sparen. Wir knausern an Dingen, an Ideen, an Personal und Ausgaben, die unser Leben ausmachen. Bei Dingen, die unser Leben nicht ausmachen, wird Geld verschleudert, was die digitalen Druckerpressen hergeben. Als Kulturschaffender weiß ich, wie es sich anfühlt, für die Kultur, für Veranstaltungen, für den Erhalt von Einrichtungen, für Planstellen zu betteln und dauernd beweisen zu müssen, dass Kunst und Kultur sich rechnet. Das ist nicht monetär gemeint. Dass Kunst und Kultur wichtig ist und nicht etwas ist, was weg kann. Der Einsatz der aktiven Kulturschaffenden ist aufreibend. Über die Jahre kam und kommt es ständig zu Attacken. Gegen Theater, gegen Kinos, gegen Jugendeinrichtungen, gegen freie Träger, gegen Veranstaltungsorte. In meiner Heimatregion stehen verschiedene Kultureinrichtungen auf der Kippe. Orte der Begegnung, des Zusammenhalts, der Gemeinschaft, Orte des Schönen. Bis der Schlüssel herumgedreht wird, da kommt der liebegeschätzte Kurt wieder ins Spiel. Seine Frage, merkt ihr nicht, ist einfach gestellt und gibt eine Antwort schon vor. Sie ist eine Anklage gegen uns. Ja, bei all dem Zusammenbrechen, bei all dieser Wirklichkeit eines Landes, der zu vielen seichten Dichter und bequemen Denker. Eines Landes, das sich zunehmend verrät und billig demontiert wird, hin zu einer kriegerischen, dummen Nation. Es kann von den Wachen nur gesagt werden, wir merken es. Allein, es herrscht Ohnmacht. Die Entscheidungsträger, die die Mittel und Möglichkeiten haben, sie tun nichts dagegen. Sie setzen auf andere Prioritäten, sie rechnen zynischerweise mit dem Engagierten, den Wachen, die ja trotz alledem weitermachen. Sie nutzen das aus. Schamlos. Doch bald ist Zeit, nochmal zu sagen. Weniger ist leer. Wir leben in unseligen Zeiten. Doch sind diese nicht vom Himmel gefallen? Sie sind nicht nur schwierig, sie sind völlig unnötig. Es muss eine Wende dieser Zeitenwende her. Wer kann an diesem jetzigen Unsinn ein Interesse haben? Während bei Kultureinrichtungen gespart wird oder diese geschlossen werden, an schäbigen Konzepten der Eindämmung unserer wirklichen ideellen Werte herumgebastelt wird, schreien die Eliten unserer Volksparteien, deren Auftraggeber, ihre Freunde und Sympathisanten und die, die dazugehören wollen, nach noch mehr Geld für Rüstung, Abschreckung, NATO für die Wehrpflicht und so weiter. Ein Auszug eines Gedichtes auf Seite 224 des Buches von Tucholsky sei noch erwähnt. Zitat. Wohltätigkeit. Sieh, da steht das Erholungsheim einer Aktiengesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haferschleim und abends Gerstensuppe und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Tucholsky schriebe heute, würden Sie nur mal danach schreien, endlich die Kohle für unsere Gedeihliche, für eine aufstrebende Zivilgesellschaft herauszurücken. Fern von eitler Fördermittel-Willkürlichkeit. Weg vom Prekariat von Kultur, Kunst, Sozialem. Dieses Handeln ist friedlich. Es dient dem Frieden. Der bereits oben zitierten Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friederichs, würden Tucholsky und ich, sein Leser, gerne sagen, dass es stimmt, wenn sie sagt, Frieden sei die größte Aufgabe. Sie braucht nur hinschauen. Die wirklich engagierten Menschen erfüllten diese Aufgabe. Es ist einfach. Sie verdienen darum die Unterstützung, die Lobby, die Mittel, die es braucht. Wie sieht es indes mit den anderen Friedenspredigern aus? Unser Buchtipp Kurt Tucholsky Deutschland, Deutschland über alles Erschienen im Verlag Volk und Welt Berlin 1967 Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit.